Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Toronto der Titelverteidigung einen Schritt näher gekommen und ins Viertelfinale eingezogen. Der 21-Jährige gewann das Achtelfinale gegen den Russen Daniel Mietvedjev souverän mit 6 zu 3, 6 zu 2 und trifft in der Runde der letzten Acht auf Stefanos Tsitsipas. Den Griechen hatte Zverev bereits eine Woche zuvor im Halbfinale von Washington geschlagen, seinen Titel in der US-Hauptstadt verteidigte er schließlich erfolgreich, Datencenter – Ergebnisse aus Toronto. Im vergangenen Jahr hatte Zverev das Masters-Turnier in Kanada, das abwechselnd in Toronto und Montreal ausgetragen wird, im Finale gegen den 20-maligen Grand-Slam-Sieger Roger Federer gewonnen. Nach seinen erfolgreichen Titelverteidigungen in München und Washington DC bestätigte Zverev damit knapp drei Wochen vor dem US-Open in New York, 27. Untertitelung des ZDF, 2020